Jan, wir sind hier beim Aquatic Center in Kona. Du machst gleich ein Schwimmtraining. Bisher verlief das Jahr für dich sehr erfolgreich. Sieg beim Heimrennen im Ironman Zürich in Streckenrekordzeit. Jetzt bist du zum vierten Mal in Kona am Start. Bisher beste Platzierung, Platz 22 im Vorjahr. Welche Erwartungen hast du heuer an das Rennen? Ja, natürlich ist das Rennen was ganz anderes jetzt. Mit dem Sieg von Zürich ist das Jahr schon mal sehr gut verlaufen und ich denke, von den Resultaten her kann man das noch schlecht toppen, außer es geht wirklich abartig gut hier. Das wäre dann für mich so eine Top 8 oder weiter. Wenn man die Marathonzeit anschaut, ist die jeweils so 10 Minuten schneller momentan als die letzten Jahre. Da liegen doch einige Plätze weiter vorne drin. Aber am Schluss muss ich auch realistisch sein. Es bleibt Hawaii und es ist nicht Zürich hier. Mir fehlt auch das Heimpublikum. Ich denke mal, von Platz 8 bis 25 ist alles drin. Die Dichte ist extrem hoch bei uns, aber ich freue mich auf ein gutes Rennen. Du hast nach dem Rennen 2016, als du hier aussteigen musstest, viel geändert. Erstmals Trainer, neue Ernährung. Du verzichtest jetzt im Training weitgehend auf Kohlenhydrate. Welche Erfahrungen konntest du jetzt in den zwei Jahren mit dieser Ernährung machen? Ja, 2016 war ich einfach nicht zufrieden mit, was auf dem Papier steht von den Resultaten her. Und ich habe mich dann ernsthaft hinterfragt. Auch meine Freundin und meine Schwester haben gesagt, ja, du brauchst einen Trainer, du brauchst eine dritte Meinung von außen. Jemand, der dir auch Verantwortung abnimmt und du sie abgibst. Das war ein sehr grosser Schritt. Und damit zusammen kam dann die Ernährung, die mein Coach Daniel Plus dann geändert hat. Wir haben auf Low Carb High Fat umgestellt, um wirklich die Fettstoffwechsel zu trainieren. Und am Anfang war das schon eine grosse Umstellung. Und ich habe doch auch sehr gelitten im Training. Aber jetzt kommt es immer besser. Es ist eine Trainingsart. Der Fettstoffwechsel wird einfach immer besser. Und somit fühle ich mich momentan sehr wohl und bin auch sehr leistungsfähig, wie man sieht. Gab es da auch einen Speisen, wo dir der Verzicht besonders schwer fällt? Ja, natürlich. Ich bin hier in einem deutschen Interviewformat. Das ist natürlich die Schocke, wo wir so in der Schweiz berühmt sind dafür. Die ist natürlich schon ein bisschen limitiert. Wobei der Dan gesagt hat, ab 80 Prozent schwarzer Schokolade ist erlaubt. Von dem her, die Geschmäcker verändern sich auch ein wenig. Und man lernt auch wieder feinere Aromen zu genießen. Und deshalb genieße ich jetzt sehr die schwarze Schokolade. Aber natürlich musste ich von den Lindor-Kugeln und so etwas absehen. Hawaii ist ja mir bekannt für seine Fischgerichte. Das würde ja eigentlich ganz gut passen. Fließen die einheimischen Gerichte hier wie der weltberühmte Pocke, also roher Thunflisch, auch in deine Ernährung hier ein? Oder hältst du dich da lieber an Bewährtes jetzt vom Rennen? Ja, natürlich. Mit der veränderten Hitze und Klima verändern sich auch ein bisschen die Gelüste. Also der rohe Fisch ist zum Beispiel wahnsinnig angenehm jetzt hier und auch für meine Ernährung sehr geeignet. Was ich auch sagen kann, ist zum Beispiel die Avocados, die hier einfach irgendwo im Hintergarten wachsen. Das ist natürlich auch super gut für meine Ernährung. Und die schmecken auch wahnsinnig fein. Ganz anders als zu Hause. Und das ist natürlich sowas, das genieße ich auch. Und dann das Kokosnussfass, auf das muss ich dann doch auch nicht ganz verzichten. Von dem her ist eine lokale Einflussnahme definitiv zu sehen. Jetzt sind es noch neun Tage bis zum Rennen. Konzentriert man sich da noch auf die letzten Trainingseinheiten? Oder steigt schon die Nervosität und man denkt vor allem an den Tag? Ja, es ist so eine Mischung. In gewissen Momenten denkt man doch eindeutig an den Tag, an dem es dann zählt. Weil für den ist man ja hier. Und andererseits habe ich eben auch mit meinem Coach jetzt eine gewisse Verantwortung abgeben können und kann mich auf den Prozess konzentrieren. Ich weiss, da hat jemand sich was überlegt im Training. Kann mich auf die einzelnen Einheiten konzentrieren und will jetzt die möglichst gut absolvieren. Und dann, ob es dann am Wettkampf dann weiter geht und besser geht, das ist dann am Samstag sieht man das. Von dem her ich bin momentan sehr auf die Trainings konzentriert und die Wettkampf-Nervosität, die kommt dann doch noch schnell. Man kann ja dein Training recht gut mitverfolgen. Du bist sehr aktiv auf Strava, scheinst das sehr gut zu dokumentieren. Diese Offenheit ist eigentlich eher untypisch für Profisportler. Gibt es da einen Grund, warum du es anders hältst, spornen auch dich die Kudos und das Feedback der Fans an? Na klar, das ist immer Motivation, wenn man Leute hat, die einem sagen, dass man was gut macht. Also würde ich leugnen. Und andererseits mit einem Kudos oder einem Kommen hat man noch kein Rennen gewonnen. Von dem her, für mich ist es so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Ich denke, ich bin Teil einer Community, die mich unterstützt und gleichzeitig unterstützt mich und bin ich auch Unterstützung für die Community. Also ich habe mit meinen Trainings eine gewisse Einflussnahme. Ich kann Leuten zeigen, was ich mache und sie können davon lernen. Ich gebe auch sehr gerne Antwort auf meinem Strava oder Instagram-Kanal. Von dem her ist es so eine Mischung. Und gleichzeitig bin ich sicher nicht derart offen, dass jegliche Details sichtbar sind. Und die eine oder andere wichtige Einheit, die dann eben den Unterschied macht, die ist dann nicht sichtbar. Ein großes Problem für viele Triathleten ist die letzte Nacht vorm Rennen. Man muss in der Regel sehr früh aufstehen und findet wegen der Nervosität meist nur sehr schlecht in den Schlaf. Wie ist das bei dir? Hast du da einen Trick? Ich denke, sehr wichtig ist, dass man nicht den Schlaf als Ziel nimmt, sondern die Entspannung. Dass man sich nicht versteift darauf zu schlafen, sondern einfach ruhig und entspannt zu sein. Das ist mal der erste Punkt. Meine Nacht vor dem Wettkampf ist definitiv auch nicht so gut wie die anderen. Aber eben, indem man sich auf die Entspannung und nicht den Schlaf konzentriert, hat man da schon mal einen sehr grossen Gewinn. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass ich die Wettkämpfe mittlerweile mit sehr viel Freude mache, mit mehr Gelassenheit und deshalb auch viel besser schlafe als zu früheren Zeiten. Vielen Dank für das Interview und für den Renntag wünschen wir dir viel Erfolg. Danke vielmals.